Traitor getötet, Jungs. Ich hab nicht mal ne Waffe und es sind schon zwei Tote oder was? Oh mein Gott, ich bin nicht beschützt, Digga, ich hab Traitor getötet. Wer, du? Ich mach ein Ding auf, kriegst direkt die richtige Waffe. Warum? Ich hab Traitor getötet! Ich lees, ich lees, ich lees, jedes Augen funkeln so, Alter. Oh, ja, meine Augen funkeln aber ganz schön, wenn ich Leute gerne mal seh, der mich letztes Mal gekillt hat. Ja, was übrigens ziemlich easy war, hast ein Pumerang einfach abbekommen. Ja, was ziemlich easy war, Junge, ich hab noch nichts gesehen. Ja, mich auch nicht. Ey, könnt ihr mal aufhören, du hast einen komischen Lichtschwert. Und v.a. das geilste war, das geilste war, weißt du, du läufst einfach daran vorbei, du hast gar nicht gecheckt, wie ich Enes getötet hab, der hat den Bumerang einfach abbekommen, hast du nicht gecheckt. Ey, ne, ist meine Güte. Ich hab Schaden bekommen. Ey, Enes, wie geht's dir? Tolga, wo bist du? Lebst du nach? Enes? Tolga, lebst du nach? Tolga, ich suche dich. Leute, da ist irgendwer, da ist... Helv, helv. Ich hab Schaden bekommen. Also, Annel, Annel ist bei mir... Annel ist bei mir nur so'n, so'n Männchen, Alter. Ja, Tolga, ey. Pokémon, bleib mal stehen. Klop, sag euch das. Ich bekomme doch ein bisschen mit Enes. Bist du's? Ja. Ich hab noch zwei Arten, Alter. Ja, warum sagst du ja? Warum sagst du ja? Du bist schwach gefallen. Love it, this is love it! David? Wer ist, wer ist David? Ja. Wer ist David? Wer ist David? Alter, warum ist David? Kuso, Kuso ist bei mir, Kuso ist bei mir. Wer ist das Love it? Ja, hey. Ja, Kuso hat, glaub ich, hier den hier gekillt. Ja, bestimmt. Ey, du bist so ein Fake News-Caller, ne? Ohne... Du solltest permanent gesetzt werden. Ne, ich hab da auf jeden Fall auch schon dickes Grinsen im Gesicht, aber... So was soll das? Was, was, was soll das? Du ste... Du guckst genau dahin? Ja, ich hab Kuso gecailt. Ich hab Kuso gecailt. Ja, nice. Jaja, ich bin scheiße. Ja, hey, Kuso war eh noch. Wollt ihr mich... Ja, dann muss es Toyger. Ja, dann kill ich Toyger. Ja, einfach... Hahahaha! Ey, Anil! Ja, was hat alle tut! Verrägst du, Lukas? Ich bin ja auch scheitert, dass du ein Traitor werden, dass er heftig ist, dass ich nicht ganz über Tracer bin, ne? Ja, ey. Ich hab mich scheißegal auf mich tausend gebliegt. Ennis und ich waren ja gerade Traitor und wir haben euch alle zerstört. Ja. Warte mal, warte mal. Anil, warte mal, warte mal. Anil, bleib mal stehen. Ja. Digga. Was ist los mit dir? Du bist ne Beine, sollst du deinen Charakters gehen, du bist einfach schwarz. Das hab ich doch letzte Runde schon gesagt. Er ist einfach cool, Alter. Er ist auch echt cool, Alter. Er sagt, bleib mal stehen, ich drehe mich um, er sagt, was ist los mit dir? Augenkontakt, Alter, was ist denn eigentlich los mit dir, Junge? Was sagt denn hier, Alter? Ah, Lukas, ich wusste nicht. Weißt du, und dann kommt er um die Ecke, ums ganze Hausgeschicht. Was? Richtig kill, geil natürlich, schön gehunted. Kuso, Kuso ist wieder mad, der kennt die New Life-Regel nicht. Hallo? Du hast mich gefangen, das ist ja... Kuso will mich killen. Ey, ich glaub, Pokémon ist es. Warum bist du lustig? Ähm, Dingens, ich weiß, wer es ist. Ja, wer, 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 wer? Ganz hinten in der Ecke beim Ba... Loll, stopp, hier war Exklusiv, ja. Ich glaub, Exklusiv war es. Ich hab keine Waffe, Jungs, das ist unfair. Aua, ich hab nichts gemacht, Alter. Ich glaub, Exklusiv war es, du, Björn. Was hab ich denn gemacht? Was hab ich gemacht? Also ich würde ja, ich würde ja auf Ding tippen, ich tippe auf... Okay, ey, hör auf. Wieso schießt der? Ich muss so wieder auf den Deckung schießen. Warum schießt der, Jungs? Hallo? Ich hab das jetzt so fliegt, ich wollte mich vertreten. Oh, okay. Doch jetzt. Also ich hab Schaden von der Explosion bekommen. Ich hab auf deinen Barsch, sich eine Wanne zu stecken, Alter. Äh, sagst du die Anleis bei mir? Ja, bin ich hier. Ey, das hat sich auch wie so ein Porno-Werbungen. Ja, wird kein... Hey! Hä? 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 Hä, wieso schießt du? Hallo? Welcher Pasta schießt hier? Ach. Den muss ich umlegen. Hä? Cool, so ist dein beim Out of Fight, alle, alle kämpfen. Ey, willst du nicht? Tu mir auch nicht. Ja, was ist deinem, das ist ein... Nein, so, jetzt. 5 AP? Jetzt rasieren wir ein paar Dämonen. Nein, auf einer Zauhpark spawnen keine Waffen. Ja, schon. Jetzt rasieren wir den, gehst du. Peach Castle, ja. Ja, kein Plan, ohne Witz. Ey, ey, lovey, lovey. Ich wollte grad krollen, dass der Typ da ganz hinten in der Ecke beim Baum steht, Alter, auf einmal kommt so ein Laser auf mich oder so. Lukas. Hä? Jetzt lass mal die Pasta wegrasieren, Alter. Lukas, fertig, getötet. Ich? Ja, hier, dieser Exquisite, der hat... Was? Dieser Exquisite hegt ein Voll gegen mich. Ich dachte, ich hoffentlich werde... Und das ist... Du hast auch versiehnt, Junge. Dieser Exquisite, der hegt ein Gräuel gegen mich, der meint das richtig privat so. Ja, komm doch eins gerne ins Privat, ich steh vor deiner Tür. Counter-Strike oder Real-Life? Ja, Real-Life von der Tür, Junge. Lukas. Ich hoffe, du meinst das nicht ernst, weil... Nein, mach ja auch nicht, du gehst trug in der Sonne. Ey, wer wollte was von mir? Irgendwas wollte was zu LaVie sagen? Was geht's denn, was geht's denn ab? Ja, David. Der Guteilte, David. Ich weiß nicht, Kollege, was machst du, du tötest mich? Junger Mann. Kollateralschaden. Ich mein, wir haben die Runde gewonnen, also, naja. Autismus? Autismus? Ja, also, komm, ich erzähl's dir. Okay. Vorher war ein Inno. Ich wollte auf den Inno schießen, in dem... Genau in dem Moment ist er gestorben, da hab ich halt nicht erschossen. Ja, aber... Okay, alles gut, passt schon. Ja, wir haben eh gewonnen, was... Ja, es war ja weg. Ich hab schon das Gefühl gehabt, oh... Ich glaub, ich hab da... Junge, ich hab deinen Namen gesehen, du bist mein Schwersterkolleg. Ich dachte, das können wir nur gewinnen. Ja, kommt mal nach. Ich hau ihn mit der Crow-Bahn, weil ich dachte, er hat Lukas weggemacht, ey. Aber ich hatte keine Rassen. Das macht so viel Fun mit euch, ey. Und dann hab ich Nico gesehen und dann hab ich... Das beruht nicht auf Gegenseitigkeit, was? Lass uns herspielen. Nein, bitte nicht, dann kann ich nicht mitspielen. Er holt einfach. Ja, wenn du von Lukas Family Shares kannst du mitspielen. Ja, ich hab doch dieses Go. Ach, Enes. Na, Lukas? Ach, der Enes ist immer wieder für einen Spruch, äh... Das ist Enes. Tholga, ey, ich werd dich Insta schießen, ne? Tholga, Alter. Tholga... Können wir doch so bis 6 Uhr TTT spielen? Geh doch ins Patch. Ich mein, ist Zeit. Die Sandmännchen ist schon vorbei. Wenn ich Enes sagen kann, ist echt low. Danke, Tholga. Danke, Tholga. Hey! Was ist das hier für eine Ritterburg, Alter? Junge, was ist das denn? Er sagt Ritterburg, will sich faken. Ritterburg? Ich hab mich noch nicht mal umgedreht, als ich das gesagt hab. Also ich glaub, Mario ist nicht mehr so der, der der mal war, Alter. Hier ist ein bisschen Blut und Munition am Boden. Das ist ja nicht mal, mit Mario zu tun. Peach ist einfach ein bisschen am Rad gedreht. Achso, du meinst, sie hat ihre... Tage. Nee, die hat alles, was sie hatte verkauft und hat ein paar Waffen geholt. Junge, jetzt mal die ganze Zeit, Alter. Oder vielleicht hat Bosses einfach eingesperrt und Bosses hat die Waffen gegeben. Die Gedanken sind frei, denn ich bin fucking... Ich bin fucking innocent. Ja, klar. Ich geh an einen Arsch, der Map, Alter, und wer ist hier? Enes. Na klar. Hier, ich suche eine Waffe. Das ist die sexy Anne. Ja, ich suche eine Waffe. Ich bin es. Achso, keiner. Ja, Enes ist es, Enes ist es. Das ist die sexy Anne. Ne, ist doch nicht, Enes. Es ist... Warte mal. Ich möchte kurz anmerken, dass Kuzo Detective ist. Und, ähm... Kuzo killt mich an, schießt mich so einfach random an. Kuzo hat Bock. Kuzo ist Detective und schießt mich einfach so an. Junge, er sagt, ich war im Traitor-Shop, Digga. Ich hab nicht... Ey, Kuzo, ich hab gefragt. Ja, wieso hab ich dann 20 AP weniger und da ist Blut am Boden? Du fragst doch nicht mich, Alter. Ja, okay. Dann hinterfrag ich mal, warum du Detective bist, Junge. Wir waren zu dritt in dem Raum. Wenn du Detective bist, dann kann's ja nur der andere sein. Warum sagst du da nichts dagegen? Nein, ich hab geschossen. Äh, hier und hier sind die Beweise. Ja, aber ich hab geschossen. Wo seid ihr, Junge? Bei Boso. Hier sind die Beweise. Ey. Ich bin schon wieder mit Enes und Lukas in einem Raum. Ich hab keinen Bock, Alter. Ey, scheiß so. Ach, Boah, was machst du denn da? Ich geh doch mal runter. Ey, ich töte gleich jemanden, aber der ist ein Traitor, weil der hat grad irgendwie eine abgeschlachtet vor mein Auge, Junge. Du checkst ja gar nichts. Exklusiv ist ein Traitor. Hey, ich hab ihn getötet, ich confirm ihn. Ja, Traitor. Ganz klare Sache, ja. Ja, Traugas Browser, Traugas Browser. Ich hab nur was von ihm. Oh, ich hab diesen Crossbow von COD, Junge. Ich war heftig in Stock und Stein, die konnten mal herkommen. Wenn du den auf jemanden schießt, dann kannst du das reaktivieren und dann explodiert er. Aber auf Zeit, also wenn du das später machst. Ich wurde teleportiert. Ah ne, kann auch sein, dass ich in so'n Ding gelaufen bin. Alter, die Map ist ja saunice. Du seid ihr Fakes, Alter. Wir sind hier in so'nem Raum. Wie geht die Tür? Ah, mit E, okay. Ich hab ein bisschen Angst, Kuzo, für dich. Scheiß auf Kuzo. Wer ist Kuzo? Äh, hier, dieser Madness-Wixer. Richtig, ich weiß wie ich mein. Junge, ich schmeiß 10, weil die Waffe weg, mein ich. Was ist das hier? Mach Kuzo, na? Zieh dich bloß, Alter. Ohne Licht, Alter. Geh in irgendeine Ecke. Hey, chill doch mal. Halt die Klappe, Alter. Die Klappe. Halt deine Klappe. Halt deine Klappe. Halt deine Klappe. Halt deine dumme Klappe. Halt deine Klappe. Halt deine Klappe. Halt deine Klappe. Klappe die Zweite. Halt deine Klappe. Halt deine Klappe. Halt deine Klappe. Ja, ich bin jetzt hier in... Ja, ich sehe auch keinen. Ich hab kein Klappe. Ich hab kein Klappe. Warte mal. Ich sag, Pokémon ist einer und Lollgamer ist einer. Ja, warum nicht? Und Lollgamer? Warum denn nicht? Kann man? Mir gefällt dein Loll nicht, Alter. Ja, gut. Ja, Jungs, ich sag euch eins, ne? Ich sag euch eins, ne? Ich sag euch einen Namen. Ich sag euch eins, ne? Das würde ein Nachspiel haben. Ich sag euch eins, ich hab jetzt seit Ewigkeiten keinen gesehen. Und den ersten, den ich sehe, ist natürlich die Hackfresse Kulge. Ich sag nur eins, ne? Der Typ ist mir ein bisschen Suspect. Ich glaub, Tolga ist vertrauenswürdig. Obwohl er Türke ist. Ja, Enes ist es. Der schießt mich wirklich an. Das ist ein Wichser. Ja, der hat mich ja auch angeschossen. 20 damage. Ey, wenn Enes nicht angeschossen hätte, wärst du schon tot, Jungs. Polka, Polka, Polka! Wo ist der, Tolga? Wo ist der, Tolga? Lukas ist irgendwie wieder reingerannt in die Richtung. Ja, ich sehe keine Leute. Oh, hier sind ganz schön viele Tote. Ja, Enes. Wo ist Enes? Ich snack mir mal hier die Punkte ab. Hä, der hat sich doch angeschossen gemacht. Ja, Polka war Traitor, Polka war Traitor. Ich hab den hier... Ja, da lässt du Enes noch. Ja, Wichser, Wichser, Wichser Sohn. Deine Mama, Kappa. Enes, wo bist du? Du hast keine Chance, Junge. Tolga und ich machen hier türkische... Da vorne, da vorne, Alter. Da geht's auf. Ich weiß, ich bin tot und ich darf nicht reden, aber ich möchte kurz anmerken, dass Kuso der schlechteste hier Detektiv ist, den es gibt. Es sind drei Leute in einem Raum. Drei Leute in einem Raum. Der eine schießt auf den anderen und der Detektiv macht gar nichts. Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... Lukas, ich hab auf dich geschossen. Lukas, ich hab auf dich geschossen. Ja, okay. Dann hab ich vielleicht den falschen Beweis gehabt, aber trotzdem recht gehabt. Ich hab mich noch alle nicht gecheckt. Du bist so schlecht dafür, Kuso. Oh, Mann. Ich dachte so... Ich dachte so... Ich dachte so... Ich dachte so... Äh, nicht sieh das... Lukas, du hast mich so, als du gesagt hast, warte mal, es ist doch nicht der. Äh, und dann sagst du so... Ja, Enes. Und ich denk so, geil. Einfach so... Einfach so auf Trockensupp. Kuso ist es. Also aus Beziehung. Ich werd die ganze Zeit hin und her geschoben hier, Alter. Okay, Kuso ist es. Ja, aber Lukas, du wärst halt echt... Ich hab dich geschossen gehabt. Na, also Realsack, hab ich wirklich so schwarz. Ja... Hey, hast du nicht zugehört? Wie bitte? Lolli hat doch gerade zugegeben, dass er es war. So. Ey, Lukas, was ist das für eine Waffe, die ich in der Hand hab? Was hast du? Diese SVT-40? Ich seh die nämlich nicht bei mir. Ja, das ist... Ja, das ist die. Die ist übel nice, Alter. Das ist so... Das ist so eine Autosniper. Oh, Lukas, Alter. Schieß mir nicht. Ah, exquisit. Demgebrief. Ja, komm lass exquisit. Gangtime. Bleib mir stehen, bleib mir stehen. Bleib mir stehen. Er macht die Tür zu an, er macht die Tür wieder auf. Bleib mir stehen, bleib mir stehen. Bleib mir stehen. Bleib mir stehen, bleib mir stehen. Bleib mir stehen, bleib mir stehen. Bleib mir stehen, bleib mir stehen. Bleib mir stehen. Ja, da hab ich... Hey. Oh, okay, nice. Stopp, stopp. Könnt ihr bitte die Wahrheit sagen? Nice. Wer war es jetzt hier? Ja, hier, schießt mir auf mich beim Lukas da in der Tür. Warte mal, lass ich mal durch, bitte. Ich hab auf ihn hier geschossen. Der wird zerstört. Tolga ist bei mir. Wenn ich sterbe, ist Tolga. Lo, 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 hier ist... Vor mir ist gerade einer gestorben, hier mit so einem Boomerang. Ja, Ennis ist es, Ennis ist es. Oder? Ja, alles klar. Kursus, äh, ähm... Ich mach mal, ich mach mal... Loli, ich mach mal hier unten die Tür wieder zu, ne? Muss ja keiner sehen, was hier passiert. Okay. Tim konnte schon... Äh, Tolga ist innocent. Tolga ist proof. Ja, da haben wir natürlich jetzt hier... Moment mal. Tim hätte nicht töten können. Das heißt, Tim ist safe. Ach so, ich verstehe. Tolga ist auch safe. Ja, ich hab... Ich hab Loli gekillt. Hier ist... Loli... Loli ist hier an der... An der Treppe. Loli schießt auf mich. Loli ist... Nein, das ist... Das ist... Namechanger oder so'n Scheiß. Hannes, äh... Lukas schießt auch auf mich. Ich... Ich bin im Keller, Junge. Der ist... Der ist nur übrig. Ja klar, hier, Disguise oder wie die Kacke da ist. Das ist... Es gibt kein Namechanger, Junge. Anne ist kein Anna, die war... Äh... Anne war... War... War innocent. Hä, wer denn dann? Wo ist überhaupt... Wo ist überhaupt Anne und Enes? Ich hab' gerade gecalled. Boah, mein Hals, Alter. Wo ist überhaupt Anne und Enes? Wo ist Tolga überhaupt? Der redet auch nicht mehr, oder? Es ist Leuge, immer... Es ist Leuge, immer... Es ist Leuge, immer... Safe, innocent. Lol, Gamer. Hilfe! Ja, hier ist ein Innocenter auf der Treppe. Hilf mir doch mal! Äh, kein Interesse. Ich schuhe so, ne? Lol, Gamer. Ey, der trifft ja nothing. Ich hab' so toll, das war Lukas und Leuge... Er labert irgendwas von der Ente. Der ist immer so tot! Ja. Hat doch... Hat doch... Hat scheinbar gereicht. Hä, kein Interesse. Das war richtig nice, Alter. Ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass die Person reinkommt und nicht wieder rausläuft. Schau. Und, weißt du, der guckt so auf mich und du killst ihn von hinten. Das wär' geil gewesen. Ja, Mann. Ja, am geilsten war, äh, Yannick, Alter. Ich weiß nicht, was der getrunken hat heute Morgen, aber der sollte mal mehr Aimwasser trinken, Ich hab' aber nicht getroffen, ey, nicht. Hä, diese F2000 ist doch safe, auch als Crossfire. Ey, das ist jetzt heute. Nein, die ist echt kacke, bro. In Real Talk. Weg mit der Scheese. In Real Talk. In Real Talk. In Real Talk jetzt, Alter. Ich lache, Alter. Ja, gleich, wenn ich aufgehend Schuss kriegt der Lacher nicht. Ich mach' gleich Ansage-Video. Ich lache nicht mehr, Alter. Ich mach' gleich das. Und... So, Gamer ist Traitor, der ist im Traitor-Shop der Tafka. Ja, der ist echt im Traitor-Shop der Tafka. Hä, ich bin nicht im Traitor-Shop, du Achtung. Ja, der bringt mich doch auf. Ja, ich töte den, warte. Ja, ich sag' auf dich, safe. Ja, ich sag' auf dich, safe. Sorry, 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 sorry. Ich dachte, du bist LoL-Gamer. Nico, Nico, Ding ist es. Moin, ich muss in den AP. Grüße gehen raus. Ja, wer ist es? Wie heißt der, Anil oder so? Nein, der LoL-Gamer ist der Safe-Roller. Ich bin's nicht. LoL-Gamer ist der Safe-Roller. Ja, LoL-Gamer ist der Safe-Roller. Ja, LoL-Gamer ist der Safe-Roller. Ja, LoL-Gamer ist der Safe-Roller. Anil-S, Anil-S. Dürfen sie mich töten. Okay, ihr dürft mich töten. Komm, mach. Okay, Anil, komm. Ja, cool. Ja, Ents, Trait, 100%. Mach. Ja. Shut up, jetzt. Alter, ist die Waffe scheiße. Ja, Tim ist safe. Hey, hier ist ein Portal. Erstmal springen. Hallo? Lasst mich rein. Und so. Ich will aber in diese Uhren bilden. Hallo, LoL-Gamer. Hi. Na? Was geht? Bruder. Bock? Als Hoppchen. Geschlossener Raum ist. Wichser halt. Wo ist geschlossener Raum? Hey, gibt's hier. Erks nicht. Helge, ich hab's getan. Helge, ich hab's getan. Mach mich, Helge. Danke. Ehre. Ich bin nicht mehr durch. Ja, dann ist es aber exklusiv. Ja, Mann. Du bist, äh, sehr schlau. Ja, den Schuradfisch hast du gemacht. Welchen Schuradfisch hast du gemacht? Äh, Abi. Okay. Ich bin stolz auf dich. Danke. Hast du'n Penis? Anscheinend nicht. Naja. Rein biologisch, ja, aber... Nur biologisch. Gut, dass es zugeht. Also, wir wissen die Kinder haben. pass auf also kurze es gibt so ein item normalerweise macht dann innocent zum traitor der funktioniert bei uns aber nicht deswegen haben wir gesagt wenn man jemand wenn man in und wiederbelebt ist er quasi dazu verpflichtet jemanden zu töten und du bist mir gerade so schön über den weg gelaufen wir gehen mit vier wir gehen mit vier oder fünf leuten in den raum oder in so einen gang in so einen schmalen gang ennis dreht sich um und gibt mir und keiner sagt was alle laufen einfach weiter als wenn nichts passiert wäre ganz ehrlich denn du bist so durch und es war so unfair ich stehe da vielleicht was ließ er sagt nicht für die traiter schuppte er sagt so was ja prozentig safe traiter shop ja da denke ich natürlich er will mit dem verdacht auf und krägt weil er es ist schießt der maler schießt mich auch gerade ich dachte hier explodiert was oder irgendwas weil ich diesen fallschirm offen ich habe nur diesen fallschirm gesehen ich bin für low alter wissen wir Du bist echt low. Bett leer, Annel ist low. Und wenig Leben hast du auch? Machst du die Tür auf, du Pixar-Jünger? Hey, guck mal, ich hab was gefunden. Annel, warte, wie wir klären das? Hey, komm mal her, komm mal her. Annel? Annel, Annel, Annel ist, Annel ist. So wollte ich das nicht klären. So wollte ich das nicht klären. Annel! Hallo! Sorry, sorry, chill, 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 chill. Ich hab, ich dachte, das ist Annel. Tolga? Lebst du? Hm? Ich dachte, du wärst dann wie festgebackt oder so. Lukas, aha. Ne, ja, endlich ist jemand da, komm. Ne, ich komm nicht. Doch, ich wollt dir was zeigen, hier, guck, 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 guck. Komm, komm mit da rein, Annel ist, komm, ich will dir was zeigen. Nein, nicht safe. Ne, ich komm nicht mit. Nein, ich komm nicht mit. Nein, ich will dir nur was zeigen, so ein Glitch. Entschuldigung, Alter, ich hab jetzt Panik vor allem und jeden, Alter. Annel, Annel ist, komm mal wirklich. Annel, Annel ist dran im Raum drin, ich will das so gesagt haben. In welchem, der? Nein, nein, im linken. Funktioniert das hier? Da, wo ich drauf schieße. Warte mal, warte. Ja, in dem. Ich bin immer noch hier. Hier an der Wand, siehst du das? Ja, ich sehe. Warte mal, kann man da durchschießen? Ich glaube nicht, man sieht da nichts durch, oder? Ah doch. Ja doch, deswegen ja. Nee, kann man nicht. Schade. Lolli, hast du grad wen weggemacht? Lolli, sei doch nicht so. Ah doch, Lolli, Lolli, Lolli. Nein, er, der da dr... Ja, okay, du kannst ja argumentieren, aber nicht auf mich schießen. Ey, du willst mich doch verarschen, oder? Ich wollte... Ja, ich wollte den ja auch identifizieren. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Ich komm hier nicht weg. Du Fixer, hält die Tür zu... Außer wir... Das ist doch droschen, Jungs. Ey, das Ende ist, ne? Ich glaub, du willst doch aufs Mauschen, ne? Jungs, da wollte ich Ende so... Okay, so wollte ich das nicht werden. Der ist einfach mich. Du schießt nicht, er zentraubt! Ey, ich seh mal, ich seh mal, ich mach mal die... Bei manchen Waffen, ich hab einfach so riesiges Errorschild in der Hand, Alter. Ja, dann lad jetzt den S-Saturn runter. Das ist halt, das ist halt mega eklig!